Und wir schauen nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Warnack. Christoph, lass uns auch an diesem Tage erst einmal über den aktuellen Frontverlauf sprechen. Welche Informationen gibt es in Moskau? Liegen dir dazu vor? Also ich möchte mich jetzt hier bei meinem Bericht auf zwei Quellen berufen. Das eine ist Ribar, Michael Svinschuk, wie ich das oft tue. Und das andere Telegram-Kanal der Russen heißt Dwa Majora, so viel wie zwei Majore. Und übereinstimmend heißt es da, dass, wenn wir im Norden beginnen, bei Kupinsk, bei Kharkiv die russischen Kräfte wieder attackieren. Und man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass da kleinste Geländegewinne stattfinden. Also da geht es tatsächlich um 100, 200 Meter voran. Und das ist dann schon ein Erfolg. Und dann manchmal lese ich Meldungen, dass es geklappt hat, den Gegner zurückzudrängen um 700 Meter. Und dann muss man sich immer noch bewusst sein, dass solche Angriffe ja häufig auch einer großen Vorbereitung bedürfen. Das heißt, dass man da tagelang mit der Artillerie und mit der Luftwaffe versucht, die Verteidigungslinien des Gegners zu zerstören. Und dann greift man mit der Infanterie an und dann kann man den Gegner etwas zurückdrängen. Und dann kommt die Meldung 200 Meter. Also wir sehen, das ist Stellungskrieg an den meisten Frontabschnitten, wie jetzt hier vor Kupinsk bei dem Verkehrsknotenpunkt in Kharkiv. Wenn wir runtergehen, sieht das ähnlich aus bei Bakhmut. Da geht es vor allem um die Anhöhen bei Klischeevka. Wer diese Anhöhen kontrolliert, kann Bakhmut einsehen und hat guten Zugriff mit der Artillerie auf das Geschehen in Bakhmut. Die Russen nennen die Stadt Artyomovsk. Auch da greifen die Russen an. Weiter runter auf Diefka, ganz in der Nähe der Provinzhauptstadt Danetzk, der Halbkessel, über den wir die ganzen letzten Tage und Wochen immer wieder berichten. Da scheint es auch so zu sein, dass tatsächlich Russland die Initiative übernommen hat. Und da gibt es jetzt Berichte auch vom Nachrichtenportal Ribar, dass im Südosten der Stadt Artyomovsk im Industriegebiet die russischen Truppen schon vorgedrungen seien, rund 40 Prozent dieses Industriegebietes dort kontrollieren. Verifizieren kann ich das nicht. Was wir wissen, ist, dass der Druck groß ist. Und das heißt auch, dass Russland jetzt davon Abstand genommen hat, frontal anzugreifen. Und stattdessen versucht, die Verteidigungsanlagen dieser Festung auf Diefka zu zerkleinern, wie es hier heißt. Das heißt, komplett alles zusammenzuschießen mit Gleitbomben, mit Artillerie, mit der Luftwaffe und dann erst die Infanterie reinschickt, um eben die Verluste einigermaßen gering halten zu können. Weiter runter Saparoche, Arekhov, Rabotina, Verbovoi, auch uns bekannte Orte. Da haben die Ukrainer angegriffen, den Russen ist es wohl nach den russischen Militärreportern gelungen, diese Angriffe abzuwehren gegen Offensive und haben da wohl auch einen geringen Erfolg erzielt. Und das große Problem für beide Kriegsparteien sind die Minenfelder und die hemmen den Drang nach vorne der jeweiligen Kriegspartei doch vehement. Also das ist ein großes Problem für die Ukrainer wie auch für die Russen. Und ganz im Südwesten unten die Achillesferse der Russen bleibt die Provinz Chasson, bleibt der Fluss Dnieper und die Brückenköpfe am östlichen Dnieperufer der Ukrainer. Vor allem Krinki, die Ukrainer halten diesen Brückenkopf für neue Truppen nach. Die Russen schaffen es, die Ausdehnung des Brückenkopfes zu verhindern, das muss man ganz klar dazu sagen, und versuchen jetzt, wie sie hier sagen, die Militärblogger, die Ukrainer in Krinki auszuräuchern. Und das wird vor allem gemacht mit einer Waffe, die heißt TOS-1A, das ist Son-Zepiok auf Deutsch, das Höllenfeuer, das sind thermobarische Raketen, Mehrfachraketenwerfer, hohe Druck, hohe Hitze. Und so versucht man dieses Problem Krinki unter Kontrolle zu bringen. Noch gelingt das den Russen nicht. Christoph, Dankeschön für diese Einordnungen aus Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.